Reliquien der Heiligen Bernadette in München Vier Tage lang hatten Gläubige die Gelegenheit, den Reliquienschrein der Heiligen Bernadette aus Lourdes in München zu besuchen. In der Asamkirche in der Innenstadt war der Schrein für die öffentliche Verehrung ausgestellt. Die Aktion organisiert hatte das Bayerische Pilgerbüro in Zusammenarbeit mit dem Heiligenbezirk, die Maltesern und dem Domkapitel der Frauenkirche. Es ist das erste Mal, dass der Heiligen Schrein auf Deutschlandreise geht. Normalerweise wird er im südfranzösischen Lourdes in der Krypta der Basilika der unbefleckten Empfängnis aufbewahrt. Der Reliquienschrein enthält ein Stück des Rippenknochens und Hautpartikel der Heiligen Bernadette zu Biru. Ihr war vor 160 Jahren mehrmals die Gottesmutter Maria erschienen. Der Rebellion Kirchner